Hallo YouTube, ich bin der Dara und ich streame auf Twitch als der radikale Demokrat über Politik aus einer linken Perspektive. Schaut gerne vorbei. Gleich ist mit mir im Talk Wolfgang M. Schmidt. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da, denn in Zukunft wird es noch mehr davon geben. Und jetzt viel Spaß. Hallo Wolfgang. Hallo Dara. Hi. Ja, erstmal für die zwei Leute, die es vielleicht im Chat geben könnte. Wer bist du? Mein Name ist Wolfgang M. Schmidt. Ich mache allerlei im Internet, zum Beispiel die Filmanalyse auf YouTube, dann mit Ole Niemann zusammen den Podcast Wohlstand für alle und mit Stefan Schulz zusammen den Podcast die 29er. Fantastisch. Ja, da kenne ich dich natürlich auch her. Es ist mir eine große Ehre, mit dir mal quatschen zu können. Heute soll es um vor allem Filme und die Medien gehen. Mit deinem guten Freund Ole habe ich mich auch schon in Verbindung gesetzt, dass ich mal mit ihm zusammen über Wirtschaft quatschen kann. Wer weiß, was die Zukunft natürlich noch bringt, ob man noch mal in Kontakt tritt. Bist du schon mal auf Twitch aufgetreten? Ich meine, du hast mal mit dem guten Polytopia gequatscht. Genau, und mit Michael Krogmann. Und das war es aber, glaube ich, auch schon. Stimmt. Twitch ist sonst nicht so mein Gefilde, weil ich es auch noch nicht so ganz begriffen habe, warum man das tut. Ich stelle das also jetzt gleich mal in Frage, was ich hier mache. Aber meine Erfahrung ist ja, dass gerade das Nicht-Lineare interessant ist, weil man es dann zu jeder Zeit konsumieren kann, während es hier ja eher darum geht, dass man wieder live dabei ist und dass diese Liveness eine gewisse Rolle spielt. Ich habe aber dann gemerkt, als ich selbst mal einen Livestream oder zweimal das auf YouTube gemacht habe, dass das sehr beliebt ist und dass viele genau dieses Live-Erlebnis wollen. Aber für mich kam das bislang nicht so in Frage, weil ich auch immer bewundere, wie lange so Twitch-Streams dauern. Da wird ja richtig lang Sendungen gemacht. Also beim 29er-Podcast ist es so, dass wir viereinhalb Stunden sprechen, aber nur ein einziges Mal im Monat. Und dann bereiten wir uns alle sehr genau vor, wir beide mit Clips und so weiter, damit wir da eine gewisse Spannung und eine Dramaturgie drin haben. Und bei den Twitch-Streamern ist es ja durchaus so, dass man einfach sechs Stunden, acht Stunden am Stück streamt und zwar morgen und übermorgen auch wieder. Ja, ich habe hier auch schon, ich glaube, so elf Stunden Marathon-Streams gemacht. Die Zeit vergeht wirklich sehr schnell. Man macht viel Content sehr spontan. Ich gebe mir natürlich Mühe, auch hier Sachen zu planen. Und hier geht es meistens natürlich um Politik, vor allem auch sehr viel um Wirtschaft und ab und zu gibt es auch mal Debatten. Natürlich auch Talk-Gäste, deswegen darfst du da natürlich auch nicht fehlen. Ja, das, was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, ja, ich glaube, viele zieht auch nach Twitch oder zu Twitch, dass man hier auch ganz gut Geld machen kann, weil hier ist halt die Monetarisierung sehr praktisch. Und auch, glaube ich, ein Maurice Höfgen, der jetzt vor kurzem hier angefangen hat, wird wahrscheinlich schnell merken, hui, das geht alles ein bisschen schneller als bei YouTube. Deswegen ist es tatsächlich beliebt. Das muss sich halt auch sehr schnell feststellen. Wow, cool, ein kleines Taschengeld kommt zusammen. Das ist ja auch sehr sinnvoll. Also wir haben nach wie vor die Konstellation, dass das zwar Werbegeld gibt, aber so verschwindend wenig für Qualitätsinhalte. Also da muss man wirklich viral gehende Videos machen oder Videos machen, die regelmäßig mindestens 100.000, 200.000 Aufrufe erlangen, um wirklich davon leben zu können. Und macht man mal eine Woche nichts, wird man wieder ganz schlecht gerankt. Also das als Einnahmequelle zu sehen, ist doch etwas, was eigentlich nur funktioniert, wenn man in einem Netzwerk ist und wenn man diesen typischen YouTube-Inhalt macht. Ansonsten ist das kaum möglich. Insofern, glaube ich, ist es sehr sinnvoll, dass andere Wege gefunden werden, wie die Finanzierung möglich ist. Bei uns ist es ja auch so, dass wir bei Wohlstand für alle aufrufen, dass man uns finanziell unterstützen kann, freiwillig. Aber dass es nicht funktionieren könnte, wenn wir jetzt sagen, wir bekommen ja ein paar Euro von YouTube oder auch bei den 29er ist es so, dass wir das ja einen Teil des Podcasts hinter der Paywall dann bei Study machen. Und ich glaube, dass das auch sehr gute Modelle sind, die funktionieren, die im Übrigen viel besser für Einzelpersonen funktionieren, als für große Verlagshäuser, weil man da nicht unbedingt auch so den Sinn drin sieht, warum man da jetzt auch nochmal die supporten soll. Das Interessante ist ja gerade natürlich wieder die Widersprüchlichkeit. Das hier ist, also Twitch gehört zum Beispiel zu Amazon und dann macht man mal plötzlich sehr Amazon-kritischen Content, aber es geht. Also man wird plötzlich nicht gesperrt, wenn ich beim letzten Stream einen Artikel darüber lese, dass es jetzt in den USA die erste Amazon-Gewerkschaft gibt. Ja, sowas funktioniert und ist natürlich dann wieder so eine Kuriosität, sage ich mal. Ja, weil das Unternehmen natürlich zu groß ist und damit sind wir ja schon fast bei der Popkultur angelangt. Man hat in Hollywood ja immer wieder es mit kritischen Filmen zu tun und man könnte denken, naja, wie kann das eigentlich sein, dass Hollywood, wo die Kapitalinteressen doch so klar auf der Hand liegen, dann trotzdem eigentlich Filme gegen das eigene System macht. Das hat sicherlich auch den Grund, dass diese Filme dann am Ende dem nicht so viel anhaben können und wir müssen, glaube ich, bei den großen Tech-Unternehmen einfach verstehen, das ist die Infrastruktur, die leider noch nicht in die öffentliche Hand überführt wurde, die noch in der privaten Hand ist. Und so lange gibt es aber auch keine andere Möglichkeit, das zu machen. Also man kann jetzt sagen, ich versuche mir selbst über eine Homepage das zu gestalten, dass ich da senden kann. Dann bin ich natürlich auch wieder abhängig von irgendwelchen Diensten, die mir Speicherplatz und sowas anbieten. Aber das nutzt ja alles nichts, wenn da niemand kommt. Das ist wie ein Lokal eröffnen irgendwo mitten im Wald. Da kommt halt auch selten jemand vorbei. Insofern, glaube ich, ist das etwas, was man so nehmen muss. Was aber in gewisser Weise immer existiert hat, da auch Bücher, kritische Bücher oft in Medienhäusern erschienen sind, die, naja, weniger kritisch waren, was die Verdienstmöglichkeiten anbelangt. Ja, das, was wir zum Beispiel, das, was ich mich dann immer frage, ist, bringt das hier was? Also ist es genauso natürlich, du kennst es vielleicht selbst, ich weiß nicht, wie viele Serien du gerne guckst oder schaust. Bei Amazon Prime gibt es halt auch inzwischen diverse, eigentlich sehr systemkritische Serien, würde ich behaupten. Zum Beispiel The Boys, eine tolle Serie, in der das ganze Superhelden-Thema sehr schön auseinandergenommen wird und hinterfragt wird. Und sowas existiert dann auf Amazon, sowas wird auf Amazon verbreitet. Und auf Twitch gibt es auch riesige Streamerinnen und Streamer inzwischen, die bei jedem Stream ca. 500.000 Menschen erreichen am Ende, die dort zwischendurch eingeschaltet haben. Meistens mit 30.000 bis 50.000 Leuten, die gleichzeitig einschalten, die selber sich natürlich auch vom Einkommen her dumm und dämlich dadurch verdienen. Und zum Beispiel einer der größten Politik-Streamer auf Twitch oder der größte Politik-Streamer auf Twitch mit Abstand ist zum Beispiel halt auch ein Linker, der sehr radikal antikapitalistischen Content macht. Ja, und inzwischen sich dann auch seine Villa in Los Angeles leistet. Aber da fragt man sich dann, okay, ist das jetzt Entertainment oder werden Menschen wirklich davon nach links gezogen? Und du bist jetzt auch schon natürlich sehr lange auf YouTube unterwegs mit diversen, mit einer großen Vielfalt an Content. Was ist so dein Eindruck? Hast du das Gefühl, du hast irgendwo was bewirkt? Menschen übernehmen das, was du dir am Ende an einem politischen Wandel vorstellst? Oder glaubst du, okay, ich habe hier irgendwie meinen Bereich in der Wirtschaft gefunden, ist ganz nett, aber es wäre schöner, wenn es irgendwie mehr ausmachen würde? Also es geht mir zunächst mal ja nicht darum, dass Leute einfach Standpunkte übernehmen, weil das ja schon fast einer Entmündigung gleichkommt, sondern es geht ja darum, dass sich mit Inhalten auseinandergesetzt wird und dass diese Inhalte aber auch angeboten werden. Das ist ja das große Problem beim Fernsehen. Da kann ich gar nicht sagen, ich setze mich jetzt mit der MMT auseinander, weil die MMT noch nie in einer Talkshow in Deutschland vorgekommen ist. Das muss man festhalten. Es gab noch nie einen MMTler in einer deutschen Talkshow sitzen, der das mal unterbreiten konnte. Das ist der große Vorteil im Internet, dass man zum Beispiel diese Position findet und viele weitere Positionen und dass dieser Mensch, den du jetzt eben erwähnt hast, der dann offenbar ein großes Publikum über Twitch erzählt, wahrscheinlich über die klassischen Kanäle auch nicht präsent gewesen wäre oder zumindest nicht in dieser Art. Und ähnlich ist das auch bei mir. Bleiben wir mal bei der ideologiekritischen Filmkritik. Dann ist das etwas, was ganz stark marginalisiert wurde in der Vergangenheit und was auch bis heute kaum vorkommt. Und da bietet mir YouTube die ideale Plattform, um das zu verhandeln und Leute dafür zu interessieren. Und offenbar funktioniert es ja. Ich vermute ja, dass diese 80.000 Abonnenten nicht alle das nur ironisch gucken. Und auf die Frage, wie wirksam ist das oder geht das einfach nur darum, dass man auch so seine Nische gefunden hat, muss man fragen, was ist eigentlich mit Wirksamkeit gemeint? Wenn man jetzt sagt, Wirksamkeit meint, das hat direkt zu dieser Politik geführt, dann kann ich das ganz schlecht nachvollziehen. Dann muss ich gucken, mache ich eine Petition, kommt die Petition in den Bundestag und wird die am Ende abgesegt und dann kann ich sagen, das habe ich und alle, die die Petition unterschrieben haben, bewirkt. So einfach funktioniert das aber nicht, wenn wir bedenken, wie eine, und hier würde ich doch auf Habermas zurückgreifen, deliberative Demokratie funktioniert. Nämlich, dass sich eine öffentliche Meinung bildet. Und zu dieser öffentlichen Meinung trage ich sicherlich einen größeren Teil dazu bei, als wenn ich jetzt irgendwo in der Nische für jemanden schreiben würde, sagen wir für ein Publikum von 500 Leuten. So ist die Nische, die ich bediene, größer und die sicherlich auch dann den politischen Diskurs in irgendeiner Weise stimuliert verändert. Dann kommt nochmal darauf an, wer eigentlich zuhört. Also das ist ja der Unterschied bei den Zeitungen, wurde der immer gemacht. Man kann natürlich sagen, die Apotheken Umschau ist die erfolgreichste Publikation in Deutschland. Es gibt keine Zeitschrift, die eine höhere Auflage hat, aber die hat natürlich keinen Impact auf die Politik. Auf die Politik, den Impact hatte früher zum Beispiel der Kommentar auf Seite 1 rechts oben in der FAZ. Was aber nicht bedeutete, dass den sehr viele Leute gelesen haben. Den haben vielleicht 35.000 Leute am Tag gelesen, aber 5000 von denen waren wichtig. Die haben entschieden. Also auch das ist wieder eine Frage von Wirksamkeit. Und deswegen kann ich das ganz schwer sagen, wie wirksam das ist. Ich kann es nur anekdotisch eine Wirksamkeit nachweisen. Und eine Wirksamkeit, die ich nachweisen kann, ist, glaube ich, vier Tage alt. Und zwar bekam ich über Instagram eine Nachricht von jemandem, ich glaube 21, 22 Jahre alt, der sagte, vielen Dank für diese Inhalte. Mit 18 drohte ich in einen konservativ-reaktionären Kaninchenbau abzutriften im Internet. Dann entdeckte er die Filmanalyse und andere Inhalte, ist dadurch auch auf andere Inhalte aufmerksam geworden und ist nicht in diesen Kaninchenbau gefallen. Und das ist ein ungeheures Kompliment. Das haut einen dann wirklich um, wenn man das liest. Und da sieht man dann mal eine direkte Wirksamkeit. Aber das ist eher selten, dass man das so direkt erfährt. Aber sehr schön. Mir fällt dazu direkt die Serie Black Mirror ein. Hast du vielleicht auch schon von gehört. Auch gesehen. Sehr gut. Komplett hinter dem Mond lebst du, was wahrscheinlich Nicht-Filme betrifft. Auch nicht. In der zweiten Folge wird sozusagen buchstäblich ein futuristisches Hamsterrad präsentiert, wo die Menschen eigentlich nur dafür leben, in einer Castingshow am Ende aufzutreten. Und dann gibt es irgendeinen abstrakten Preis zu gewinnen, den man nicht so ganz nachvollziehen kann, was das jetzt am Ende sein soll. Aber auf jeden Fall wollen das alle. Und der Protagonist leistet am Ende sozusagen Widerstand. Er ist in der Castingshow, droht damit, sich umzubringen und möchte dann eine Ansage machen. Und er selber wird dann aber auch zum Teil der Entertainment-Industrie. Er selbst erhält eine Show, die er von dem Zeitpunkt an selber macht, wie ein YouTube-Kanal. Die Leute schalten ein, schauen ihn, finden ganz interessant, was er sagt. Er kritisiert das System. Dann schalten sie ihn aus und machen dann das weiter, was sie vorher auch gemacht haben, nämlich sich im Hamsterrad weiterdrehen. Was sagst du zu solchen, zu solchen, ja, das ist ja selber praktisch eine Serie wieder im System, die uns das wieder mitteilt. Wie kommt sowas zustande und macht das, frustriert das einen? Ich könnte es nicht sein, dass wir das auch gerade eigentlich machen. Es ist nicht die stärkste Folge der Black Mirror-Reihe, denn zunächst einmal beruht ja diese Idee auf einem viel älteren Film aus den 70er Jahren, nämlich Network von Sidney Lumet. Da gibt es einen Moderator, der irgendwann die Faxen dicke hat, eigentlich soll er auch in den Ruhestand gehen, und dann fängt er an, in die Kamera zu brüllen und sagt, ihr müsst aufwachen und die Konzerne, die sind so mächtig geworden und so weiter und so fort. Und natürlich wird er dann nicht entlassen, sondern bekommt eine Show und das ist der Quotenerfolg überhaupt für den Sender und etwas Ähnliches wird ja auch hier angedeutet. Ein Wirtschaftswissenschaftler erzählte mir mal eine sehr schöne Anekdote über ein Assessment Center. Da machte man Folgendes, man hatte so einen Bewerbertag und dann müssen die ja verschiedene Challenges vollführen. Und beim Mittagessen aber, so sagte man ihnen, habe man sie, so sagt man ihnen im Nachhinein, gefilmt und hat geschaut, wie sie sich da unbeobachtet verhalten. Das hatte zur Folge, dass ein Bewerber aufstand und rebellierte und sagte, das geht zu weit. Wir sind beim Mittagessen privat, es kann nicht sein, dass sie sich da auch noch einmischen und noch gucken, ob wir Haltung bewahren, wenn wir alleine sind und nicht beobachtet werden. Die Pointe der ganzen Geschichte ist natürlich, dass er die Stelle bekommen hat, weil er der kritische Geist ist, den man brauchte. Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt stimmt das, dass der Kapitalismus als intelligentes System und als ein stets sich erneuerndes System, als ein System, das die schöpferische Zerstörung braucht, wie Schumpeter das meint, sicherlich diese Anwandlungen hat. Zugleich aber können wir doch feststellen, dass ganz viele Dinge permanent marginalisiert oder geradezu dethematisiert werden. Wir finden ja auch jetzt zum Beispiel im Fernsehen, ich ziele immer wieder auf das Fernsehen ab, weil vier Stunden am Tag in Deutschland durchschnittlich Fernsehen geguckt wird, da finden wir kaum friedliche Stimmen, kaum Stimmen, die warnen vor Eskalationsdynamiken in einem Krieg. Wir finden da nicht diese Pluralität, die vorgegeben wird. Wir mögen hier uns unterhalten können und wir sind vielleicht auch einigermaßen erfolgreich mit Podcasts oder so, aber in gewisser Weise sind wir in einem Maße Outlaws, dass uns das vielleicht gar nicht bewusst ist. Nämlich es sind nicht Konzerne, die sich um einen reißen. Und wenn man mal irgendwas angeboten bekommt, dann geht es immer nur nach der Strategie Erdrosseln durch Umarmung. Also es wird einem irgendetwas angeboten, bei dem man aber dann bitte auf diese kritischen Inhalte verzichten soll. Stavrosizek hat mal gesagt, irgendwann stellte er fest, ich weiß gar nicht, welche Zeitung es war, die wollten dann nicht mehr diese politischen Artikel von ihm, sondern er soll doch mal lieber erklären, warum er eigentlich einen Bart trägt oder so. Und das ist etwas, was fundamental ist, um zu verstehen, wie die Öffentlichkeit strukturiert ist. Wir haben nicht die ganze Zeit Kapitalismuskritik. Also wir haben eine Kritik, die sagt, ja, wir müssen mal irgendwie mit dem Klimawandel da was machen und wir müssen mal weg von dem Gas und ja, Nachhaltigkeit ist wichtig und so weiter. Aber dass man die eigentlichen Ausbeutungsverhältnisse thematisiert, über das Deutschlandfunk-Feature hinaus, das findet nicht viel statt. Und das ist auch nicht das, was hegemonial ist, wenn man sich gerade anschaut, wer auf den Podien sitzt, wer permanent irgendwelche Bühnen bekommt, wer die Fernsehsendungen hat oder sonst etwas. Das heißt, nur weil das mal stattfindet und weil das bei den vielen Dingen, die es gibt im Internet auch sein kann, ist das keineswegs etwas, was wirklich eine Hegemonie hat. Denn nur weil es stattfindet, heißt das ja nicht, dass es wirklich einen großen Einfluss hat. Also das kann man ja ganz klar auch an der aktuellen Politik sehen, ob das jetzt die Große Koalition war oder die Ampelkoalition. Das ist da keineswegs der Fall, dass das so mit drin ist. Das heißt, ich glaube, man muss sich ein bisschen davon freimachen, dass man meint, ja, ja, genau, der Kapitalismus, der inkludiert das alles noch. Ja, aber immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Und es gibt auch nach wie vor Gatekeeper, die am Ende entscheiden. Und Gatekeeper-Entscheidungen sehen vielleicht nicht immer nur so klassisch aus wie früher, dass man sagt, du bekommst die Sendung nicht oder du bekommst den Schreibauftrag nicht oder so, sondern Gatekeeper heute können auch einfach 50.000 Euro in die Hand nehmen, um den hunderttausendsten idiotischen Sex-Podcast nach oben zu renken bei Spotify, Apple und sonst wo, ja, mit Werbung und so weiter. Und dann werden dadurch alle anderen, die gute Inhalte, die kritische Inhalte produzieren, wieder nach unten gedrückt. Das heißt, ich wäre sehr skeptisch, bei dem der Kapitalismus lässt da alles sein. Und das ist auch das, was man in Hollywood beobachten kann. Ja, wir haben diese kritischen Filme mitunter, aber wenn man sich das Gros ansieht, dann ist es doch nicht so, dass wir ganz viele kapitalismuskritische Filme haben, sondern es gibt sie immer mal wieder. Die Gefahr besteht natürlich, dass man zu so einer Art Feigenblatt wird, aber da kann man sich auch nicht rausziehen so richtig. Glaubst du da an Fehler am Ende trotzdem im System? Denn, um mal ein Beispiel zu nennen, das Video, mit dem Rezo eine Menge Menschen erreicht hat damals, was, glaube ich, bestimmt in die 10 Millionen Klicks gegangen ist. Wahrscheinlich heute, was weiß ich, noch mehr. Ja, noch mehr Leute haben da reingeklickt zumindest. Wie viele Leute, wie viele Menschen sich das am Ende anschauen, ist natürlich immer so eine Frage. Du kennst es wahrscheinlich selber auch von Wohlstand für alle. Am Ende, genauso wie bei meinem YouTube-Kanal, sehe ich dann, okay, 10 Prozent haben sich das am Ende dann auch angeschaut. Vor allem natürlich bei längeren Videos. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, okay, vielleicht bei 10 Millionen haben es dann auch wirklich sich eine Million angeschaut. Und das ist ja eigentlich sozusagen vom System nicht vorgesehen, in Anführungszeichen. Da gibt es einen YouTuber, der macht eigentlich irgendwie Comedy-Content, die 10 besten dies und das. Und hier ist ein Prank und hier ist eine Challenge. Und plötzlich kommt er auf die Idee, nicht einfach nur irgendwie mal in seinem Clip zu sagen, ey, übrigens finde ich, man sollte was für einen Umweltschutz tun. Oder ich finde Frauenrechte gut. Oder übrigens, weiß ich nicht was, viel zu viele Menschen sind arm. Sondern er macht plötzlich ein 40- bis 50-minütiges Video, in dem er kleinsteilig gut recherchiert, aufdröselt, warum die CDU nicht die Partei ist, die uns in Deutschland ins gelobte Land führt, sage ich mal. Ist das ein Fehler im System? Oder weil man kann es auch mit Matrix vergleichen. Oder gehört es eigentlich dazu? Das hat ja nur funktioniert, weil eine Reichweite da war, die sonst für etwas anderes gebraucht wurde. Und zwar, um diesen typischen YouTube-Content zu machen. Und dann war der Überraschungseffekt der, dass dort in diesem Rahmen etwas stattfindet, wo man es nicht erwartet. Man könnte das auch umgekehrt machen. Man könnte sich vorstellen, man hat so eine Politik-Talkshow im Fernsehen, weiß ich nicht, Mayprit Illner. Und plötzlich würde da jemand die Bluse aufreißen und sich Babu sich zeigen. Da kann man jetzt im Internet genug finden. Dafür bräuchte man nicht das ZDF. Aber wenn es im ZDF stattfinden würde, dann würde man es doch thematisieren. Und das ist dieser Überraschungseffekt, der da eingesetzt hat. Und dann ist aber gar nicht so sehr die Frage, ob das ein Fehler ist, weil das suggeriert immer, es sei da am Ende jemand, der das lenkt und hat nicht aufgepasst an dem Tag. Sondern viel wichtiger ist ja, wie eine Gesellschaft dann damit umgeht. Ich würde sogar sagen, es haben vermutlich sogar mehr als eine Million Leute durchgeguckt. Ich glaube, es war wirklich sehr erfolgreich. Jetzt muss man sich aber auch klar machen, ja, Plasberg, Anne Will und wie diese furchtbaren Sendungen alle heißen, die kommen auf zwei, drei Millionen am Abend. Ohne Mühe los. Die brauchen nur sagen, wir nehmen Karl Lauterbach, Wolfgang Bosbach, Kubicki und noch irgendeine Virologin, die jetzt nochmal Zero-Covid fordert und dann funktioniert es wieder. Und dann muss man sich fragen, aha, aber es passiert ja danach auch nichts. Gut, jetzt sind die Inhalte nicht so radikal wie die des RISO-Videos. Aber man kann sagen, ja, die Leute konsumieren ständig irgendetwas. Aber das hat ja nicht gleich ein Resultat im Sinne von, die wählen jetzt ganz anders oder so. Das heißt, wir haben es da auch mit einer großen Trägheit zu tun. Da würde ich sogar Systemtheoretikern zustimmen. Und dann ist aber interessant, wie der öffentliche Diskurs darauf reagiert hat. Nämlich, man musste mit den Inhalten von RISO so umgehen, dass man nicht über die Inhalte sprechen muss. Das heißt, zwei ganz wichtige Inhalte waren ja zum Beispiel die finanzielle, soziale Ungleichheit wurde danach nicht mehr aufgegriffen. Hat man einfach dethematisiert. Das andere war Thema Krieg, Drohnenmorde und so weiter. Wurde nicht mehr aufgegriffen. Nur noch in irgendwelchen Faktenchecks haben mal Leute geguckt, ob da auch jede Quelle stimmt. Aber es wurde eigentlich nicht mehr aufgegriffen. Was ist dann passiert? Man hat es ganz auf dieses junge Menschen sind engagierter und Digitalisierung ist wichtig und toll, was da alles passiert oder Hilfe, was da alles passiert. Das war die Reaktion. Das heißt, man hat zwei fundamentale Themen schon mal komplett ausgeklammert. Und dann hat man das Klimathema so entpolitisiert begriffen, dass man hat, es muss was sich tun. Die CDU hat so wenig getan. Dass man nicht eine Kapitalismuskritik daran anknüpfen musste. Dass ja danach noch so ein Video kam, wo lauter Influencer, die wirklich quasi aus dem Privatjet rausgesendet haben, nochmal gesagt haben, ja, Klimawandel ist uns wichtig. Aber es war eine so, und ich will das jetzt gar nicht so moralisierend sagen nur, aber es war eine solch softe Botschaft, dass wir uns dem alle anschließen können. Das ist wie zu sagen, wir müssen mehr für die Kinder tun in unserem Land. Da würde auch jetzt wahrscheinlich niemand im Chat schreiben, Nein, nie da mit den Kindern. Und genauso war das auch mit dem Klimawandel. Ja, wir müssen alle was tun. Und wenn man nicht bei der Jungen Union ist, dann hat man dem zugestimmt. Dadurch hat man aber eigentlich das Gewaltsame, inhaltlich gesprochen, von dem Video outgesourced. Das war nicht mehr das Thema. Und damit hat man jetzt nur noch so, ja, das ist hier die junge, hippe Stimme. Und dann macht man das Interview mit Rezo und Luisa Neubauer. Und dann geht dieser ganze Medienzirkus los. Und dann muss man sich überlegen, geht man zuerst zu Böhmermann oder nimmt man eine Platte mit dem auf. Das ist dann aber alles eigentlich nur noch Spektakel. Und man sieht ja auch, dass das einmal funktioniert hat und dass das beim zweiten und dritten Mal, wo Rezo ja auch nochmal so politische Videos gemacht hat, das gar nicht mehr diesen großen Effekt hatte. Also der Aha-Effekt blieb weg. Und ich würde sagen, hätte Rezo nach dem ersten CDU-Zerstören-Video beschlossen, ich mache jetzt ab sofort jede Woche ein politisches Video mit politischen Inhalten, dann wäre er vermutlich jetzt bei einer Aufrufzahl, wie sagen wir, Wohlstand für alle, wenn er Glück hat. Ja, das ist genau das, was du eben erwähnt hattest, das Gatekeeping. Dass es bestimmte Filtersysteme sozusagen automatisch gibt, die nicht in irgendwelchen Hinterzimmern von dunklen Gestalten mit Zigarre im Maul sich ausgedacht wurden, sondern einfach von sozusagen aus dem natürlich Profitgedanken und diversen anderen Motivationen entstanden sind, die dann natürlich auch in der Regel Influencerinnen und Influencer dazu zwingen, beispielsweise das Netzwerk, für das sie arbeiten, dass die dann sagen, pass auf, niemals politisch äußern. Klar, irgendwie Umweltschutz ist super, ist toll, aber verschreck niemanden, der irgendwie eigentlich denkt, dass du ja einfach nur, weiß nicht was, veganen Leberkäse gerade bewerben möchtest oder so, sondern wirklich, dass das irgendwie noch darüber hinausgeht. Und da ist für mich sozusagen das Rezo-Video schon so ein kleiner Fehler im System gewesen, weil wahrscheinlich er auch immer gesagt bekommen hat, macht das auf gar keinen Fall. Und deswegen rechnet damit keiner, weil natürlich mit einem rein politischen Inhalt, das kennst du natürlich selbst, die hunderttausenden Klicks, die erreicht man in der Regel erst mal nicht, beziehungsweise weil man eben nicht natürlich das Kapital dahinter hat. Und wahrscheinlich werden halt auch einige Videos da mal ganz gerne demonetarisiert, beziehungsweise der Algorithmus stellt einen nicht wirklich ins Rampenlicht, dort wo man sich eigentlich sieht oder eigentlich gerne wäre, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Beobachtest du trotzdem, okay, es gibt vielleicht eine größere Nachfrage, vielleicht eine Entwicklung zu, okay, wir wollen gerne auch mehr kritischen Inhalt bei YouTube. Das ist ja die Frage nach der Politisierung. Hat die zugenommen oder abgenommen? Zunächst einmal hat man ja gesagt, es gibt eine Polarisierung in der Gesellschaft, aber das meint natürlich auch immer eine Politisierung, da ich ja als Linksschmidtianer sagen würde, natürlich ist Politik eine Frage von Gegnerschaft, Freund und Feind vielleicht zu stark ausgedrückt, weil Feind natürlich auch immer meint die Eliminierung, aber der Gegnerschaft, wie Chantal Mouf das sehen würde, ganz gewiss. Und lange Zeit hat man so mit dieser Politik der Mitte versucht, das Ganze einzuhegen und eigentlich die antagonistische Struktur, die auch in einem parlamentarisch-demokratischen System zugrunde liegt, zu verdrängen. Insofern haben wir eine Politisierung, bei der aber Vorsicht geboten ist, ob es nicht, wie Anton Jäger in Jacobin geschrieben hat, sich um eine Hyperpolitik handelt. Das heißt, man politisiert alles, aber nicht in dem Sinne, dass daraus noch zum Beispiel ein politischer Kampf folgt, dass da ernsthafte Politik daraus folgt, dass auch ernste, zum Beispiel ökonomische Veränderungen damit eingeleitet werden, sondern dann ist es am Ende der vegane Leberkäs, der mich unterscheidet von jenen, die noch echtes Fleisch essen und mich unterscheidet, die toxisch sind und mich unterscheidet von denen, die nicht sind, wie die Influencer, oder Sinnfluencer gestalten, die wir bei Instagram beobachten können. Von daher bin ich da etwas skeptisch. Zugleich würde ich aber wiederum sagen, dass wir durch den Zugang, den die digitalen Medien ermöglichen, heute es mit sehr jungen Leuten zu tun haben, die sehr früh wahnsinnig brillant politisiert sind und sich auseinandersetzen, die Dinge zur Kenntnis nehmen, die man früher, als das noch mit dem Internet nicht so weit war oder noch gar nicht vorhanden war, man überhaupt nicht hätte haben können. Also dann war vielleicht die Zeitungslektüre, FAZ oder so noch da oder man konnte eine linke Zeitung lesen oder abonnieren, aber es war gar nicht möglich, diese Auseinandersetzung auch dann mit Leuten zu haben, mit denen man sie führen kann. Denn das Problem ist ja doch, dass wenn man sich für kritische Inhalte interessiert, ziemlich allein ist. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die auch viele Leute mit 16, 17, 15 in der Schule machen, dass die meisten Klassenkameraden eher doof sind. Und ich glaube, das ist nicht nur intuitiv so empfunden, sondern gewisserweise stimmt das natürlich. Und dann bietet das Internet tatsächlich die Möglichkeit der Vernetzung in dem Sinne, dass man sich austauschen kann. Das kann wirklich so sein, dass man sich bei Discord trifft, was ja auch viele machen, oder hier bei Twitch sich verabredet, um anzuschauen, was du machst, um vielleicht danach weiter zu diskutieren. Das kann über Twitter gehen. So entstehen Freundschaften. Und auch ich kann sagen, dass fast alle Leute, die heute für mich Bedeutung haben, über das Internet zustande gekommen sind, also diese Bekanntschaften. Und nicht irgendwo da draußen. Also das gibt es auch noch. Und ich würde auch sagen, die Begegnung draußen ist wichtig. Also man kann nicht nur sagen, wir kennen uns seit 100 Jahren über Discord, haben uns aber noch nie gesehen. Ich glaube, das genügt nicht. Man muss schon auch den echten Kontakt haben. Aber dass das jetzt möglich ist, führt, glaube ich, schon zu einer starken Politisierung. In übrigens nicht nur fortschrittlicher Hinsicht oder linker Hinsicht, sondern auch in anderen Teilen natürlich des politischen Spektrums. Aber generell würde ich das so feststellen, auch weil wir viel mehr mit Politik es zu tun haben. Wenn wir uns mal überlegen, wie haben wir heute den Tag verbracht, dann wird wahrscheinlich fast jeder sagen, naja, dann habe ich noch mal so bei Twitter geguckt oder war da bei Instagram, da habe ich irgendwas von Tagesschau gesehen. Dann habe ich bei der News-App, die ich abonniert habe, die und die Nachrichten bekommen. Impfpflicht, da war ich schon um 10 auf dem Stand, dass es schlecht aussieht für die Impfpflicht. Dann um 12 wusste ich und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben die ganze Zeit Nachrichten gehabt. Und jetzt stellen wir uns das mal vor, was Anfang der 80er Jahre gewesen wäre. Wenn wir da gelebt hätten, dann wären wir morgens aufgestanden, hätten vielleicht Radio gehört, da gibt es diese dreieinhalb Minuten Nachrichten. Wenn man dann nicht Deutschlandfunk hört, aber wer hört das schon? Also wir hätten dann diese normalen Nachrichten mitbekommen. Dann wären wir auf die Arbeit gegangen oder an die Uni, zur Schule, was auch immer. Keine Nachrichten, die ganze Zeit keine Nachrichten. Vielleicht hätte mal jemand in der Pause gesagt, ja, ist ja schlimm in der Ukraine, aber eigentlich wäre das nicht, man hätte nicht gleich Bilder zur Hand gehabt oder sowas. Und dann wäre man nach Hause gekommen, hätte zu Abend gegessen und dann hätte man die Tagesschau geguckt. Und für die, die noch länger wach bleiben wollten, hätte es dann noch die Tagesthemen gegeben. Aber sonst war man eigentlich überhaupt nicht mit Politik konfrontiert. Das heißt, man hat gesagt, ja, irgendwo findet da Politik statt, aber das ist nicht meine Lebenswirklichkeit. Meine Lebenswirklichkeit ist zwar immer noch nicht Politik, also ich trete hinaus, gucke aus dem Fenster oder so und sehe da nicht Politik, aber ich habe die Politik die ganze Zeit in der Hand, indem ich einfach nur einmal das Smartphone antippen muss oder den Laptop aufklappen muss. Und das führt sicherlich auch zu einer Politisierung, was aber erst mal neutral zu bewerten ist. Also das heißt nicht, dass das unbedingt besser ist, denn es gibt auch eine Pseudo- oder Hyperpolitisierung, die wir erleben. Und das sieht dann doch eher so aus, wie das, was Influencer uns anbieten. Das Interessante ist, dass beispielsweise der arabische Frühling in den nordafrikanischen Staaten vor allem dann losging, als in manchen von den Staaten das Internet ausgeschaltet wurde, da die Regime natürlich dort die große Gefahr gesehen haben. Und prompt war das Internet aus, sind die Menschen plötzlich auf die Straße gegangen. Und man sich jetzt wieder vorstellen könnte, okay, vielleicht sorgt gerade das Internet dafür, dass politische Partizipation ausgebremst wird. Das ist so. Das ist garantiert so. Und man kann auch sehen, alle politisch erfolgreichen Maßnahmen, die erkämpft wurden, sind immer mit der Präsenz der Körper auch erkämpft worden. Judith Butler legt da sehr viel Wert drauf. Ich glaube, sie hat da recht. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum dann in vielen Bereichen so gar nichts passiert, weil man dann niemals jemanden auf der Straße sieht. Und das verstehen oft die Rechten oder Verschwörungstheoretiker sehr viel besser. Die haben ja sehr schnell den Weg auf die Straße gefunden. Die haben also nicht gesagt, jetzt, also es gab zum Beispiel, ich bin kein Anhänger von Zero-Covid und No-Covid, ich bin ein Anhänger der Impfung. Und trotzdem finde ich interessant, dass man jeden Tag bei Twitter den Protest der No-Covid und Zero-Covid-Leute sieht. Aber ich habe nicht ein einziges Mal gehört, in zwei Jahren Pandemie, dass die irgendwo demonstriert haben, zum Beispiel vor dem Gesundheitsministerium, wenn ihnen das Anliegen ja so wichtig ist. Nein, sie verlassen Twitter nicht. Das ist sehr interessant. Während die, die sagen, wir leben in der Impfdiktatur, jeden Tag auf die Straße rennen und stundenlang demonstrieren. Das ist ein großer Unterschied. Ja, gleichzeitig würde ich aber auch glauben oder mein Eindruck ist, jetzt, nachdem ich ca. ein halbes Jahr hier auf Twitch unterwegs bin, dass es gerade schwierig ist, beispielsweise Linke online zu erreichen. Da die Skepsis ganz häufig vor den großen Tech-Konzernen beziehungsweise, also diese sehr großes, beziehungsweise Aida, das Beste, was ich noch bisher gehört habe, das war dann, das ging dann, kam von Menschen, aber auch aus, ich sage mal, ja gut, der ganz radikalen Marxismus, Leninismus-Ecke. Ja, ich erreiche ja nicht den Arbeiter bei Twitch, wo ich mich dann frage, okay, wen erreiche ich denn sonst hier? Der ist ja genau da. Also, ich würde sagen, dass zum Beispiel die Arbeit sogar als Inhalt sehr präsent ist, insofern, als man Landwirten, Bäckern und so weiter bei der Arbeit zusehen kann. Und natürlich, wir müssen diese Streamer jetzt nicht nennen, weil Monte ja auch jeder kennt, wissen wir, wo ganz viele Arbeiter auch zusehen. Das heißt, die sind natürlich auf Twitch und die sind bei YouTube. Wo sollen die sonst sein? Also, die haben ja nicht die linke Zeitung abonniert. Das ist jedenfalls gewiss. Das heißt, die sind natürlich da und diese Skepsis irritiert mich auch immer wieder. Und je linker die Kopierung, desto schwerer fällt es auch, dass der Vortrag mal im Internet angekündigt wird. Und man sagt, ja, Plakate ist eine tolle Idee, aber es wäre ganz gut, wenn man es auch im Internet lesen könnte, dass der Vortrag stattfindet. Ich kann das auch nicht so ganz verstehen, was das für eine Sortenreinheit dann noch ist, weil man ja permanent involviert ist. Das heißt, man sagt ja nicht, heute gehe ich zu Twitch, heute paktiere ich mit dem Kapitalismus, sondern mit dem, der eben schon paktiert, als ich die Cola getrunken habe oder als ich im Supermarkt war. Das ist ja irrsinnig zu glauben, man versucht jetzt da irgendeine Rechnung zu machen, die es nicht gibt. Und ich würde gerade auch sagen, dass dieser Weg genau der richtige ist, auch der Ansprache, dass Leute ja in gewisser Weise Vorurteile von linken Bewegungen im Kopf haben. Und manche treffen ja auch zu. Also das ist ja auch gar nicht so besonders inklusiv. Also wenn man mal linke Kreise erlebt, dann ist das nicht unbedingt so, dass man das Gefühl hat, man sei willkommen. Also ich bin ja auch zugleich ein bisschen in der Hochkultur zu Hause. Und ich weiß, als ich mit 16, 17 zum ersten Mal im Wagner-Verband war, also da hingegangen bin, um da Mitglied zu werden, da bin ich von mit sehr viel Rheingold behangenen älteren Damen wesentlich mehr mit offenen Armen empfangen worden, als in irgendwelchen linken Kreisen. Da muss man sich ja auch mal Gedanken drüber machen. Zum Glück. Die Erfahrung habe ich eigentlich bisher noch nicht erlebt. Zwar auch, dass vor allem im Internet auch mal ganz gerne gezofft wird, finde ich meiner Meinung nach auch ganz gerne mal irrational und nicht wirklich konstruktiv, weil Streit kann ja auch was sehr, sehr Gutes sein, um neue Ideen zu Tage zu führen. Das, ja, es ist, das Schöne ist beispielsweise bei Twitch, ihr haben, habe ich zum Beispiel für mich den Vorteil gefunden, ich kann hier Sachen erklären, ich habe hier Zeit. Menschen stellen eine Frage und ich kann wirklich anders, als ich das zum Beispiel bei Podiumsdiskussionen im Kommunalwahlkampf oder generellen Wahlkämpfen erlebt habe, ich habe nicht nur eine Minute Zeit, um schnell einen Standpunkt rauszuhauen, höchstens, sondern ich kann wirklich einen langen Vortrag halten. Ich kann hier noch dazu Zeitungsartikel präsentieren, ich kann YouTube-Videos präsentieren, ich kann mir YouTube-Videos mit Menschen anschauen und falls ich mal etwas nicht weiß, irgendwer im Chat weiß es immer. Und das ist halt natürlich auch eine Form von, ja, Crowdsourcing, die finde ich wirklich toll ist, um Menschen politisch zu bilden, dass viele Informationen schnell verteilt werden können und natürlich meine Hoffnung ist immer, die Menschen gehen raus und werden irgendwo aktiv. Das, was ich immer predige, ist, ihr müsst nicht unbedingt zur Demo, ihr müsst nicht unbedingt irgendwie in der Partei beitreten, das reicht schon, wenn ihr dort, wo ihr sowieso jeden Tag seid, beispielsweise in der Schule, in der Uni oder bei der Arbeit oder vielleicht in der Familie, dass ihr dort bestimmte Standpunkte einnehmt und eine gewisse Haltung zeigt und euch für progressive Politik beispielsweise einsetzt. und wenn das viel mehr Menschen dort machen würden, wo sie das tun, glaube ich, würde schon sehr vieles verändern können und das vergleiche ich dann auch immer mit der 68er-Bewegung, die meines Wissens nach sehr davon geprägt war, dass nicht eine große Revolution in Anführungszeichen stattfand, sondern viele kleine, in vielen kleinen Bereichen, dass Familien sich zum Beispiel verändert haben, dass das Leben generell liberaler wurde und man sich nicht mehr so schick angezogen hat oder man auch ausprobiert hat, ein bisschen komische Frisuren zu tragen, dass man Kinder anders behandelt hat, Kinder großgezogen hat, Kinder anders erzogen hat und dass das sozusagen, dass wir heute als Gesellschaft sehr davon profitieren, weil Kindergärten, Schulen zum Beispiel funktionieren nicht mehr wie früher und das verdanken wir dem Einsatz von vielen Menschen in vielen Bereichen und müssten wir da die Menschen mehr dazu anheizen, das zu tun, weil ich glaube, dass für viele ist die Hemmschwelle einfach zu groß. Sich wirklich, also das politische Engagement erscheint, glaube ich, für viele als eine zu große Aufgabe und da würde mich auch interessieren, ob du denkst, dass die Medien da auch eine gewisse Demoralisierung vornehmen, gerade durch die Fokussierung auf einzelne Persönlichkeiten, beispielsweise eine, Fridays for Future ist immer erstmal eine Greta Thunberg und in Deutschland eine Luisa Neubauer, was natürlich dann auch Respekt einflößt, dass die einzelnen Personen sich vielleicht denken, ich kann keine Greta Thunberg sein, das ist die ja schon und guck mal, was die leistet, guck mal, was die alles abbekommt, dass Menschen beigebracht werden muss. Ich kann auch als Einzelner was bewirken, auch wenn ich niemals bekannt werden werde. Die mediale Berichterstattung funktioniert immer über Personalisierung und ganz kann sie da auch gar nicht raus, denn es ist sehr schwer, zum Beispiel, wenn man keinen Ansprechpartner hat, aber O-Töne braucht für einen Bericht, denn sonst, wenn man nicht auf einen Ansprechpartner einer Bewegung setzen kann, kann man mit der Kamera eine diffuse Masse zeigen und sagen, das sind sie, aber wofür sie stehen, wir lesen es vielleicht auf den Transparenten, mehr können wir nicht dazu sagen. Dass man ein bisschen mehr Pluralität könnte walten lassen bei einigen Bewegungen, Bewegungen wie zum Beispiel Fides for Future ist unbestritten so, zumal gerade an der Basis ja hochinteressante Leute sind, die aber offenbar in diesem Promisystem dann nicht vorgesehen sind. Das sehe ich als etwas Kritisches an, weil es selbstverständlich suggeriert, ja, bin ich jetzt eigentlich nur noch die Kulisse für deinen Ruhm? Das ist ja etwas, was sich dann da stellt als Frage und wenn man sich manche Events auch ansieht mit Bühnen, dann hat man tatsächlich den Eindruck, ich kann gar nicht unterscheiden, ob jetzt hier gerade das Lena-Meyer-Landruth-Konzert stattfindet, aber sie sagt ja meistens ab, haha, oder ist das tatsächlich irgendeine Demonstration? Insofern ist diese Gefahr selbstverständlich da und das andere wäre, was man im Kleinen tun kann. Ich glaube erst mal, dass man sehr viel im Kleinen, auch im privaten Rahmen tun kann und auch im beruflichen Rahmen. Zum Beispiel habe ich, als ich an der Uni tätig war, gelehrt habe, Literaturwissenschaft niemals irgendwas evaluieren lassen. Also man wurde dazu aufgefordert, ich habe gedacht, na gut, was soll denn passieren, wenn ich das jetzt nicht mache? Wenn ich jetzt nicht den Studenten sage, jetzt evaluieren Sie mal das Seminar. Ich habe gesagt, können ja eine E-Mail schreiben, wenn Sie nicht einverstanden sind mit dem, was ich hier mache. Also, dass ich mich diesen Feedback-Schleifen entziehe und dass ich das auch Unsinn finde, das kann man natürlich machen und ich glaube, da hat man sehr viel mehr Handhabe, als man eigentlich glaubt oder man beobachtet oft, dass Leute ja noch viel stärker Regeln umsetzen, als sie eigentlich umgesetzt werden müssen. Es ist ja erstaunlich, wie viel auch gerade bei der Bologna-Reform Professoren in vorauseilendem Gehorsam gemacht haben. So schnell wird man als Professor nicht entlasten. Ja, also da muss schon richtig viel passieren, aber es wurde null Widerstand geleistet und das finde ich schon erstaunlich, wie sehr Leute sich anpassen und man könnte da auch viele weitere Beispiele nennen. Insofern halte ich auch das Thema Freiheit für ein genuin linkes Projekt, auch wenn man damit ein bisschen alleine jetzt gerade dasteht, weil doch alle immer nach mehr Bürokratie und hier können wir nochmal einen Test vorweisen, dass wir irgendwo rein können und so. Ich bin da sehr skeptisch, ob man da tatsächlich den richtigen Freiheitsbegriff hat, aber darüber hinaus muss natürlich schon auch eine politische Organisation stattfinden, auch auf einer kleineren Ebene, damit etwas passiert. Also das ist ja sonst so ein Privatvergnügen oder man kann da ein bisschen subversiv sein. Das finde ich sehr amüsant und versuche das auch immer mal wieder zu sein, wo es sich anbietet. Aber man braucht einfach auch die Organisation. Es wird eine Gewerkschaft gegründet bei Amazon oder man braucht den Betriebsrat, der sich einsetzt für irgendetwas. Das heißt, auf der ganz kleinen Ebene, die einen direkt umgibt, muss man auch eine Organisationsform finden. Das ist nicht mit Ruhm verbunden und das ist mit sehr harter Arbeit verbunden. Aber ich glaube, dass das sehr entscheidend ist, um politisch voranzukommen. Und das könnte man zum Beispiel auf der Ebene der Stadt sehr gut machen. Eine Stadt hat ja zum Beispiel bei Grundstücken ein Vorkaufsrecht. Das nutzt sie aber eigentlich nie. Es gibt die Ausnahme Ulm und dann gibt es, glaube ich, noch ein, zwei Gemeinden, wo das so stattfindet. Aber das wird nie genutzt. Das heißt, die Grundstücke werden zu einem Marktpreis verkauft, den die Verkäufer bestimmen. Und da schaukeln sich die Preise immer weiter hoch, was zum Beispiel bedeutet, dass junge Familien keine Wohnung, kein Haus, kein Grundstück sich leisten können. Warum gibt es nicht das große Engagement in den Städten, warum sind dann nicht alle jungen Eltern Freitags oder Samstags oder wann auch immer auf der Straße vor dem Rathaus und demonstrieren dagegen oder demonstrieren für ein Vorkaufsrecht, dass die Stadt das auch nutzt, damit es dann den Familien zugutekommt. Das heißt, das wäre auf einer ganz kleinen Ebene und relativ leicht zu organisieren, eine Möglichkeit, das auch bundesweit zu machen. Also in fast allen Städten haben wir ja genau diese Not. Und in fast allen Städten könnte man so verfahren. Und dass das nicht passiert, zeigt natürlich, dass eine große Desinformation seitens der Mainstream-Medien schon gefahren wird. Nicht im Sinne von, dass da jemand sitzt von der Bauwirtschaft und sagt, also sagen Sie denen das nur nicht. Nur die Sache ist, es wird nicht die Sendung bei Anne Will dazu geben, sondern Anne Will wird jetzt entweder zu Ukraine oder nochmal Corona machen und dann auch bitte immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Oder wenn man eine gegenteilige Position zu der von Norbert Röttgen formulieren möchte, dann findet die dann nicht statt. Oder man nimmt jemand, der einfach nicht mehr so ganz dicht ist, nennen jetzt keine Namen und sagt danach, wir haben auch mal die Gegenposition zu Wort kommen lassen. Also das ist ja auch eine Möglichkeit. Wenn ich einen hinsetze, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, dann wirkt natürlich auch jemand wie Norbert Röttgen als der große Heilsbringer. Und nach dieser Strategie wird es gemacht und das Thema Wohnen, das alle immer mehr betrifft und wenn man sich im privaten Umfeld anhört, alle leiden darunter, müssen richtig viel Geld lassen und das wird kein Thema. Das könnte man wunderbar als Graswurzelbewegung bundesweit machen, nur mit dem Vorkaufsrecht. Man könnte sich noch ein, zwei andere Dinge aussuchen, die so ganz punktuell sind, die auch jeder sofort versteht. Denn ich würde sagen, das mit dem Vorkaufsrecht, das wissen die meisten Leute ja gar nicht. Das erfahren sie, wenn sie mal ein Grundstück kaufen, dann okay, wir müssen auch gucken, ob die Stadt das Vorkaufsrecht, ob die das wahrnimmt. Nee, macht die nicht, aber der Notar fragt da mal formal an oder so läuft das dann irgendwie. Ja, keine Ahnung. Und dass das aber gar nicht als politisches Thema erkannt wird, das ist natürlich schon was, weil es kein mediales Interesse gibt und wahrscheinlich auch, ich glaube, da stimmt es dann schon, so identitätspolitisch gesprochen, dass die Leute, die diese Sendungen moderieren und die die Verlage leiten, meistens Vermieter sind. Ja, die natürlich dann auch Werbung schalten bei natürlich privaten Fernsehsendern eventuell oder zumindest halt mal anrufen und sagen, pass auf, in Zukunft würden wir keine Werbung mehr bei euch schalten. Ich glaube, so weit muss das gar nicht gehen. Also das glaube ich ja gar nicht mehr. Also das passiert so auf lokaler Ebene. Wenn dann die örtliche Bank in so einen Skandal hineingezogen wird und die Lokalpresse berichtet darüber, dann ruft da schon mal der Bankdirektor, den Verleger an und sagen, hören Sie mal, Sie wissen ja schon, dass wir für 50.000 Euro im Monat Anzeigen schalten. Das passiert auf der Ebene. Auf der größeren Ebene ist das gar nicht nötig. Also man sieht das ja auch jetzt gerade. Es gibt fast keine Stimme, keine prominente Stimme, keine journalistische Stimme, auch die ganzen Woken, Kritischen nicht, die sich ganz klar gegen Aufrüstung positionieren. Da hat aber nie einer einen Anruf bekommen, sondern man sagt, ah, will ich da jetzt irgendwie aufmucken und wer weiß, jetzt, wie macht man es gerade und dann hört man so, was jetzt gerade, welches Lied gesungen wird und dann stimmt man mit in den Chor ein. Und das glaube ich, ist auch da einfach der Fall, dass man sagt, ach ja, aber dieses Thema und kriegen wir das jetzt durch und ach komm, wir machen lieber nochmal Corona. Das ist, glaube ich, etwas, was wir nicht mehr irgendwo gesteuert finden, sondern das ist ein ganz, ganz großer Konformismus. Deswegen glaube ich, diese Diversity-Ideen, also das mag sein, dass das irgendwie, dass die anders aussehen, die Leute, die da sitzen, aber ich glaube überhaupt nicht, dass da mehr Non-Konformismus irgendwo auf den, in den, in den mainstreamigen Medien stattfindet. Ich sehe nichts davon. Also da bin ich total skeptisch. Das ist reine Umlackierung des Ewigselben. Natürlich, damit beispielsweise die ganzen Familien in den Kommunen vom Rathaus oder entsprechender Institutionen demonstrieren, bräuchte es ein Wiederbeleben oder zumindest ein überhaupt mal Aufleben einer demokratischen Kultur, dass die Menschen dann halt auch auf Zack sind und sagen, okay, das bringt was, wenn wir das tun und das wollen wir auch und wir glauben auch, dass das, was wir davon erreichen, wird uns auch in Zukunft etwas helfen, um mal etwas nützen, um mal den Schlenker zu machen, noch mal zu filmen. Also natürlich auch Ideologiekritik und auch Kulturindustrie war auch etwas, was mich immer sehr viel interessiert hat. Natürlich deine Videos, das habe ich auch schon, da bin ich auch vor drei, vier Jahren irgendwann mal drauf gestoßen und mir gedacht, okay, da schaue ich regelmäßig definitiv mal rein und das, was mir auch aufgefallen ist, ist, es gibt in den Mainstream-Filmen gerne eine Darstellung, ich nenne es mal einer autoritären Utopie. Als Beispiel würde mir da einfallen, Black Panther von Marvel. Da ist die Vorstellung von Wakanda, es ist keine wunderbar funktionierende, repräsentative Demokratie, sondern eigentlich eine autoritäre Monarchie, die aber hochtechnologisiert ist, in der vielfältig viele Menschen leben, mit verschiedenen Kulturen und in der anscheinend alle glücklich sind. Gleichzeitig existiert doch de facto das Rechte Stärkeren. Das Oberhaupt wird im Duell bestimmt. Sind das Versuche, Menschen sowas, ich sag mal, einzutrichtern? Das ist das, was ihr doch wollt, das ist doch eine Alternative. Oder geht es eher darum, ist es auch das, was die Menschen sich wünschen? Und deswegen schauen sie das gerne, begreifen sie das, was sie da gerade sehen. Man geht ja schon ins Kino, um eine Bestätigung zu erfahren, nur diese Bestätigung hat ja eine Grundlage, die irgendwann einmal entstanden ist. Das heißt, wir haben es ja da nicht mit anthropologischen Konstanten zu tun, dass wir sagen können, ja, ja, so ist der Mensch, so war er immer schon, so wird er immer sein und deswegen bedient der Film das, sondern der Film lebt ja von Voraussetzungen, die vorher geschaffen wurden. Deswegen ist die Frage schwer zu beantworten, ob der Film da nur einem gibt, was man gerne hätte. Was für mich die interessantere Frage ist, ist, wie gehen wir eigentlich damit um, dass dieser Film so progressiv daherkommt, ist aber, und ich kann dir ja nur zustimmen, eigentlich gar nicht ist. Denn es geht hier tatsächlich nicht darum, dass man eine demokratische Gesellschaft, eine Gesellschaft dergleichen errichtet, sondern man hatte eigentlich eine elitäre, fast aristokratische Gesellschaft und eigentlich steht diese Herrschaft in Wakanda genau das, was ich technokratischen Linksliberalismus nennen würde, nämlich man hat ganz klare Strukturen. Es gibt eine Elite, die gibt eigentlich den Ton an. Dummerweise gibt es manchmal so ein Volk, das unruhig wird, da muss man Wahlen oder irgendwas abhalten, damit mal wieder Ruhe im Karton ist. Aber eigentlich hat man da Leute, die schon wissen, was richtig ist. Der, der eigentlich eine universalistische Position vertritt, nämlich Kim Monga, wird ausgestoßen, wird auch nicht anerkannt dann. Und wir haben es eigentlich mit einer Struktur zu tun, die davon ausgeht, dass es einfach wenige gibt, die schon wissen, was gut ist. Und das ist eine Haltung, die, glaube ich, sehr daher rührt, dass wir so eine meritokratische Elite gebildet haben. Michael Zende bespricht das in seinem Buch vom Ende des Gemeinwohls. Ich habe das gerade so präsent, weil wir das im Podcast besprochen haben, den 29ern, dass man sagt, naja, die, die es da nach oben geschafft haben, die haben es aber auch offenbar verdient und die wissen dann auch schon, was gut für uns ist. Und das ist ein sehr verführerischer Gedanke, den man immer wieder haben kann, aber er ist, glaube ich, im höchsten Sinne gefährlich, weil wir immer noch so tun, als wäre das mit einer großen Leistung verbunden. Und was aber nicht der Fall ist, sondern auch da spielen natürlich Zufälle, Schicksale und so weiter eine große Rolle. Und bei Black Panther geht es darum, dass man ein Inklusionskino schafft, das so aussieht, dass man sagt, auch andere, die nicht weiß sind, können genauso regieren, antidemokratisch, wie vorher die Weißen es in den Unterhaltungsfilmen getan haben. Für mich ist das kein Fortschritt, aber ich gehöre ja auch nicht zu jenen, die irgendwo in Berlin Mitte auf dem Panel sitzen und sagen, toll mit dieser Diversity in Startup-Unternehmen. Das Interessante ist ja gerade bei Black Panther, dass das ja auch verschwörungsideologische Narrative bedient, weil die Idee ist ja, Wakanda konnte sich von der Außenwelt abschirmen. Es gab nicht eben diese dunkle Macht des Kolonialismus, die dort dafür gesorgt hat, dass die Entwicklung gestört wurde. Und das ist halt eine Narrative, die auch beispielsweise Antisemitinnen und Antisemiten bedient. Wir könnten eigentlich von Natur aus in einer perfekten Ordnung leben, in der jeder seinen Platz kennt, in der dann auch alle glücklich wären, in der natürlich dann auch Milch und Honig in den Flüssen fließen würden. Aber da kommt halt diese dunkle Macht von außen. Die sorgt dafür, dass hier Probleme entstehen. Und ähnliche, beispielsweise die Herr-der-Ringe-Bücher beziehungsweise Trilogie zeigen das auch. Wir haben diese tollen Königreiche, wir haben die Elfen, die Zwerge, die Menschen, die Hobbits, die eigentlich in auch grünen, immer bunten Landschaften leben. Alle getrennt voneinander, alle wunderbar in Frieden. Und dann kommt diese dunkle Macht Sauron und sorgt dafür, dass den Königen buchstäblich ins Ohr geflüstert wird, schlecht zu sein. Was wieder die Narrative von Verschwörungsideologien bedient. Die Herrscher, die wären super, aber kriegen halt eben durch die dunkle Macht den Satan oder am Ende sind es dann die Juden, kriegen sie was eingeflüstert und deswegen müssen wir uns gegen diese dunkle Macht zur Wehr setzen. Wie entsteht sowas? Sind das Verschwörungsideologen, die sich sowas ausdenken oder steckt das irgendwo da in den Menschen drin oder entsteht das irgendwie durch andere Strukturen oder bin ich einfach nur verrückt? Dass das sich Leute ausdenken und dann in Filme reinschieben oder da Literatur draus machen, das ist mir zu intentional gedacht. Da bin ich auch zu sehr Literaturwissenschaftler, der sagt, es schert mich auch eigentlich gar nicht, was der Autor mit dem Text sagen will, sondern ich gucke, was der Text sagt. Und dass der Text häufig so etwas sagt, was du da gerade beschreibst oder dass Filme etwas solches aussagen, ist vielleicht kein Zufall, wenn man die eigentlichen gesellschaftlichen Strukturen nicht erkennen will und ich rede jetzt hier nicht einfach nur von Komplexität, sondern dass es natürlich Interessenkonflikte in Gesellschaften gibt und dass es diese Interessenkonflikte gibt, weil wir zum Beispiel einen Unterschied machen müssen, wie Leute Geld verdienen. Manche Leute verdienen ihr Geld damit, indem sie ihre Arbeitskraft verkaufen und andere verdienen sie damit, dass sie Arbeitskraft kaufen und daraus Profit erwirtschaften. Da ist zunächst mal ein probater Interessenkonflikt da, den kann man reformistisch, sozialdemokratisch einhegen, den kann man aber auch freien Lauf lassen, man kann diese Konflikte entschärfen, verschärfen. Da ist jetzt nur eine Sache mit benannt, womit schon deutlich wird, es geht hier gar nicht darum, wer ist jetzt gerade der Böse, sondern man sieht einfach, diese Gesellschaft ist so strukturiert, dass es widerstreitende Interessen gibt. Will man sich diesen Interessen aber nicht stellen, diesen Konflikten nicht stellen, dann versucht man, das auszuklammern und kreiert sich einen Bösen, der verantwortlich ist für all das. Und das ist in der Vergangenheit häufig antisemitisch gewesen oder auch das finden wir heute noch nach wie vor, dass man also eine kleine Gruppe aus, finde ich, macht, der man das Böse zuschreibt, die dann alle verführt. Wir haben das in der Populärkultur, dann häufig, dass einzelne Figuren, Übermächtige wie beispielsweise Sauron, auftauchen, die die ganze Welt unterjochen können. Und ich will zwei Dinge verknüpfen, denn worauf diese Filme oft hinauslaufen, ist ja diese Idee, wir müssen wieder nette Menschen zueinander sein und dann ist alles gut, aber ohne, dass die gesellschaftliche Struktur hinterfragt wird. Und ich will zwei Beispiele nennen. Und das eine Beispiel will ich verklausulieren, weil ich gar nichts gegen die habe, aber mir ist es nur aufgefallen. Und zwar hörte ich einen Finanzpodcast und diese beiden Herren unterhielten sich aber da ausnahmsweise mal nicht über Aktien, sondern darüber, dass sie jetzt gerade Flüchtlinge unterstützen. Und dann schilderte einer dieser Hosts im Podcast eine Szene, dass die Kinder aus der Ukraine, die auch mitgeflüchtet waren, Spielzeuge überreicht bekamen von deutschen Kindern. Die deutschen Kinder schenkten den ukrainischen Kindern die Spielzeuge und dann spielten sie miteinander auch gleich zwei Stunden. Und in einer besonderen Form der Rührung berichtete er dann, dass diese Kinder harmonisch miteinander spielten und fragte sich dann, wann werden Menschen eigentlich zu Arschlöchern? Wann beginnt das, wenn sie Taschengeld bekommen oder sonst was? Und das war ein klassisches Hollywood-Narrativ, weil man natürlich davon ausgeht, dass man eigentlich in so eine kindliche Welt zurückkam. Und das erinnerte mich an ein Interview, das ich mal gesehen habe, oder einen Ausschnitt, wo Ken Jebsen eine sehr ähnliche Idee formuliert hat, wo er auch meinte, eigentlich ist der Mensch ja, also man muss wieder zu so, der Mensch muss wieder wie so ein Kind werden und dann sind wir wieder alle gut. Erstmal, finde ich, sollten wir diese Fantasie vom engelsgleichen Kind beerdigen. Gucken wir uns das Weiße Band von Michael Haneke an, dann wissen wir, wie böse Kinder sein können. Und manche Leute werden vielleicht zum Beispiel in der Grundschule gemobbt worden sein und die werden auch nicht immer sagen, Ich arbeite in der Grundschule. wie großartig diese Kinder immer sind. Ah ja, dann wirst du vielleicht auch sagen, dass das nicht alles 25 Engel sind, die da vor dir sitzen. Also das ist schon in Frage zu stellen. Und dann aber viel wichtiger ist, wenn man eine solche Fantasie ausspricht, dann bedeutet das natürlich, es gibt also etwas, was von außen kommt, und was dann den Menschen so macht und daraus Schluss zu folgern ist ja, wir müssen dieses, was da kommt, loswerden. Und das meint aber nicht, dass wir eine Gesellschaft umgestalten müssen, dass sie zum Beispiel solidarischer, kooperativer wird, sondern dass man irgendwie sagt, wo ist das Feindbild? Und da sind wir dann bei der Verschwörungstheorie oder wir sind beim Hollywoodfilm anbelangt. Und das ist etwas, wenn man nicht zum Beispiel in Klassengegensätzen denken kann oder wenn man nicht erkennen kann, dass natürlich es sehr viele widerstreitende Interessen geben kann und dass diese Fantasie von Kindlichkeit, die rein und unschuldig ist, eigentlich eine reine Erwachsenenimagination ist. Denn wer so spricht, spricht natürlich in Wahrheit von sich selbst, von der Sehnsucht danach, dass er so wie ein Kind wieder werden will. Also das ist das, was die Psychoanalyse oder was die Frankfurter Schule als Regression bezeichnen würde. Ja, also ich kann auch nur bestätigen, Kinder sind vielfältig. Sie sind ganz individuell und sie sind auch egoistisch. Sie sind auch manchmal sehr wählerisch mit den Menschen, denen sie helfen wollen und denen, denen sie nicht helfen wollen. Da würde ich mir dann schon wünschen, dass auch einfach erwachsene Menschen nicht versuchen, wie Kinder zu sein. Vielleicht kann das Leben oder die Gesellschaft generell mehr sein wie ein Kindergarten. Das ist von mir aus, dass man mehr spielt, dass man mehr Spaß hat, dass man mehr, heutzutage sind auch Kindergärten wirklich sehr progressive Institutionen. Und ich als Mensch aus der Sozialpädagogik weiß das, weil dort die gängige Bildung, die man versucht zu etablieren, gerade meiner Meinung nach sehr fortschrittlich ist. Ja, man sehr viel an die Kinder glaubt und dass sie sich selbst organisieren können, dass sie selbst vieles mitbestimmen können. Und das wäre, finde ich, ein Modell, was man auf vieles stülpen kann. Aber das heißt nicht, wir wollen zurück wieder, wir wollen nicht wieder wie Kinder sein, sondern wir wollen, dass die Strukturen, die wir als Kinder erlebt haben, dass wir die vielleicht auf die Gesellschaft überstülpen. Und da frage ich mich, klar, Filme repräsentieren uns autoritäre Gesellschaften, ganz gerne nicht nur dann Utopien, sondern auch Dystopien, um uns zu warnen. Sehr selten gibt es die schöne Utopie, die Utopie, die wir uns vielleicht vorstellen. Kann es sowas überhaupt in einem Film geben? Kann ein Film, der eine Utopie zeigt, erfolgreich sein? Und wenn es nicht die Utopie ist, kann zumindest ein Film eine bessere Gesellschaft in Anführungszeichen zeigen, die auch unserem, sag ich mal, unserer politischen Weltsicht näher kommt. Eine Gesellschaft, die demokratischer ist, die partizipativer ist, wo eben mehr Kooperation zum Beispiel stattfindet. Kann man sowas im Film darstellen oder wird dieser Film automatisch dann langweilig? Ich denke dann zum Beispiel an Star Trek. In der Star Trek hat früher, es war vielleicht jetzt nicht die, eine super demokratische Gesellschaft, aber zumindest eine Gesellschaft, die sich alles auch als sehr progressiv dargestellt hat, in der sehr viel auch auf Vielfalt und zumindest eine faire Verteilung von Ressourcen gesetzt wurde. Ja, und dann in der neueren Picard-Serie, da wurden diese ganzen Sachen aus der Story gestrichen. Vielleicht, weil es zu langweilig ist? Keinlich. Und wenn wir mal überlegen, gibt es utopische Filme? Ich bekomme die Frage des Öfteren gestellt. Dann muss ich auch nach wie vor passen. Es gibt ein paar Filme, die versuchen, so eine Utopie aufzuzeichnen, die aber dann doch eher dystopische Züge hat. Selbst wenn wir die berühmten Utopien uns ansehen von Bacon, von Morris, von Campanella, das sind ja eigentlich die drei wichtigsten Utopien, dann lesen wir die und lesen davon Geburtenkontrollen und von ganz klaren Arbeitsregimes, von den Taktungen, wie ein Tag aussehen muss, wie der Rhythmus dieses ganzen Dorfes oder der Stadt ist und fragen uns, wollen wir darin leben? Und ich glaube, die Antwort lautet Nein. Zugleich sind diese Texte unglaublich langweilig im Sinne von, welche Spannungsdramaturgie haben die? Sie sind aufschlussreich und man kann sie lesen, wenn man sich Ideen geschichtlich für Utopien und Dystopien interessiert, aber sie sind nicht in dem Sinne spannend, dass ich sage, das ist eine wahnsinnig gute Unterhaltung, lies mal den Sonnenstart oder so etwas. Das heißt, wir haben sicherlich ein dramaturgisches Problem, da das, was keinen Konflikt mehr hat, natürlich nicht so spannend ist, wie das, was Konflikt hat. Also die Tragödie ist ja eine absolute Zuspitzung. Die Tragödie ist so gebaut, dass der Knoten immer weiter geschürzt wird, bis er platzt. Und wenn das nicht gegeben ist in einer Geschichte, dann müssen wir darüber nachdenken, ob es ein anderes Erzählen sein müsste, das man etablieren könnte, um überhaupt eine solche Geschichte, die nicht von solchen Konflikten handelt, erzählen zu können. Das ist ja ein bisschen die Idee von Ursula K. Le Guin, der Science-Fiction-Autorin, die diese Tragetaschentheorie entwickelt hat, in dem sie sagte, die großen Erzählungen der Weltgeschichte sind eigentlich jene von Leuten, die das Lagerfeuer verlassen und auf die Jagd gehen, die durch die Gegend reiten, was auch immer machen, in Kriegen kämpfen, heroisch sind. Und sie will eigentlich ein Erzählen etablieren, das wie ein Sammeln in einer Tragetasche ist, dass man das hinzufügt, das hinzufügt, das hinzufügt, also additiv erzählt. Aber die Frage ist dann, ob das etwas ist, was zum Beispiel Mainstream-tauglich werden kann. Es gibt natürlich solche Erzählweisen. Also bei Adalbert Stifter hat man das, wenn man das liet, da hat man auch diese Idee des sanften Gesetzes der Natur. Da hat man nicht diese Art von Spannungsbogen oder er ist so gedehnt, dass wir ihn gar nicht mehr als Bogen wahrnehmen. Aber ich glaube, dass das etwas ist, was sehr schwierig ist. Und vielleicht ist das auch gar nicht das, was wir vom Kino verlangen sollten. Vielleicht kann aber das Kino jenseits solcher konkret ausgeformten Utopien, wie wir das durchaus bei Star Trek oder so erleben können, tatsächlich Utopiewirklichkeit werden lassen im Sinne eines menschlichen Miteinanders, das wir vielleicht zu wenig in der Realität erleben, aber auf der Leinwand stattfinden kann. Ich denke da beispielsweise an die Filme von Akikarus Mäki, der so eine unglaubliche Solidarität der Menschen untereinander zeigen kann, ohne dass er groß politisch daherkommt. Oder vielleicht, wenn es ein bisschen absurder sein kann, dann die Filme von Roy Anderson. Vor allem empfehle ich da eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Das sind Filme, wo schon ein menschliches Miteinander anders aussehen kann. vielleicht auch kann die Utopie dort sichtbar werden, wo wir es mit der romantischen Komödie zu tun haben. Denn so romantisch ein Date verlaufen mag, in der Regel fangen nicht die Passanten an zu tanzen und es singt kein Chor und es spielt kein Orchester, wenn man sich küsst. Aber dass das in solchen Filmen stattfindet, ist ja zunächst einmal auch Ausdruck einer Sehnsucht, wie es sein könnte. Und da, glaube ich, ist das utopische Potenzial letztendlich größer als in Science-Fiction-Filmen, die sagen, so könnte das Leben in 30 Jahren aussehen. Bei Star Trek ist es ja auch so, dass die Haupthandlung findet auf den Raumschiffen statt, die das Weltall erkunden, nicht auf der Erde, die sozusagen schon die Utopie erreicht hat, sondern die Probleme finden sie außerhalb, die sie dann lösen müssen. was genau eben diese Narrative wäre, was vielleicht der Kompromiss wäre, um interessante Geschichten zu schreiben. Wie müsste sich die Industrie und das Kino verändern, damit wir deiner Meinung nach gute Filme zumindest erhalten? Weil gute Filme, okay, müssen nicht unbedingt die Utopie darstellen. Vielleicht fändest du solche Filme auch, oder würdest du gar nicht wünschen, dass solche Filme produziert werden würden. Aber ich sage mal, also normalerweise spreche ich gar nicht so viel über Utopie übrigens. Ich versuche auch immer eher durch Realpolitik zumindest die Gesellschaft zu verbessern, aber ich mag natürlich das Gedankenexperiment im Kopf durchzugehen und finde das vor allem in Bezug auf Medien immer sehr interessant, aber mal um dich zu fragen, in deiner Utopie, welche Filme, was für Filme würde die Industrie wahrscheinlich produzieren oder vielleicht sogar anders gefragt, welche Filme würden nicht mehr produziert werden? Ich würde sagen, wir machen erstmal ein Comic-Verfilmungs- Moratorium und zwar für zehn Jahre, so lange darf jetzt mal nichts gedreht werden, was mit Comic-Filmen zu tun hat oder sagen wir zumindest nichts mit DC und Marvel und dann sehen wir mal weiter. Ich würde auch erst einmal den Fortsetzungswahn beenden und da müsste dann ein Gremium, dem ich vorsitze, erstmal vorgeschlagen werden, warum diese Fortsetzung sein kann. Also du merkst, es ist eine sehr autoritäre Utopie, aber es soll ja für mich eine Utopie sein. Kann ja gerechtfertigt sein. Für alle anderen. Und sonst kann ich diese Frage natürlich nicht beantworten, da ich ja kein Regisseur bin, kein Drehbuchautor und keine Ahnung habe, wie man Filme macht und auch nicht im Kino sitze und sage, das hätte ich jetzt mal eigentlich gerne gesehen, sondern ich nehme ja als Kritiker nur das, was man mir vorsetzt. Also ich sitze ja nicht zu Hause, Mensch, das wäre mal schön, so male ich mir einen Film aus und dann gehe ich ins Kino und denke, ah, so ist er nicht. Ich kann sagen, ich sehe manches sehr gern, also ich sehe gerne Western und ich sehe gerne romantische Komödien. Das liebe ich besonders und ich würde mir immer wünschen, dass mehr davon produziert wird. Ich könnte jede Woche zwei, drei romantische Komödien gucken und Western gucken, aber die werden nicht mehr produziert. Das hat mit verschiedenen Dingen zu tun, unter anderem auch mit dem Zeitgeist. Ich glaube, dass man vielleicht sehen könnte, dass wir nicht einfach so diese Studioproduktionen, die man mal abgelegt hatte in New Hollywood, die man dann wieder eingeführt hat mit den ganzen Blockbuster Produktionen von George Lucas und Steven Spielberg, dass man die jetzt noch mal verstärkt hat durch diese großen Aufkäufe, die stattgefunden haben, vor allem durch die Dissinfizierung und die jetzt aber auch noch mal fortgesetzt werden durch Amazon, Netflix und Apple, die zwar hin und wieder diese mitunter sehr großen Feigenblätter produzieren, aber die doch im Ganzen sehr viel nicht stattfinden lassen. Also von daher würde ich sagen, es gibt unendlich viel, aber es gibt nicht unendlich viel Gutes. Und da wäre sicherlich mehr zu tun, aber das ist auch wiederum eine Frage von Publikum und findet das Publikum diese Inhalte. Ich wünschte mir eigentlich, dass man noch mal eine interessante Independent-Bewegung hat. Also das finde ich eigentlich erstaunlich, wenn man sich das mal ansieht, die Independent-Bewegungen, die es so gab. In Europa neun deutschen Film, da gibt es welche, die sagen, Papas Kino ist tot, das wird mit Nazi-Kitsch, mit Heimatfilm und so weiter assoziiert, also kommen Leute wie Fassbinder, Schöndendorf, Herzog, die machen was eigenes. Herzog hat ja erzählt, er hat sich da die Kamera von der Filmhochschule geklaut in München und dann hat er seinen ersten Film gemacht. Wir haben in New Hollywood etwas Ähnliches, da haben wir Leute, die bei Roger Corman gearbeitet haben, der so billig Filme produziert hat, die dann sagen, so, die großen Studios, die gehen all den Bach runter und wir wollen nicht so einen Film wie Cleopatra machen, wir holen jetzt auch die Kamera und setzen uns damit aufs Motorrad, machen sowas wie Easy Rider und da hat man ja noch ziemlich teure Produktionskosten gehabt, um überhaupt was auf Zelluloid zu bannen. Also Film ist ja auch richtig teuer gewesen und heute können wir tatsächlich sagen, man kann eine Kinoqualität für so gut wie kein Geld machen, wie wir jetzt gerade eine Live-Sendung machen, ohne dass das uns irgendwas gekostet hat, irgendwie 100 Euro Mikro und das war es. Ja, sehr verrückt, wenn man bedenkt, was man sonst für eine Live-Schaltung brauchte, da wäre normalerweise der Übertragungswagen jetzt nach Koblenz gekommen und so weiter. Und da finde ich doch erstaunlich, dass, obwohl das möglich ist, sich auf dieser Independent-Ebene zwar so singulär ganz viel tut, aber dass es da nicht nochmal so eine Bewegung wirklich gibt, dass man sagt, so, das sind jetzt die Neuen Wilden oder wie immer sie heißen. Und das wäre eigentlich etwas, was mich sehr interessieren würde, wäre aber auch wieder eine Frage von Organisation, schafft man ein Manifest, das auch Wahrnehmung erfährt, das nicht nur auf dem Filmfest XY stattgefunden hat, da verlesen wurde und dann haben vielleicht noch zwei Filmkritiker drüber berichtet. Aber das wäre eigentlich etwas, was jetzt uns eigentlich doch sehr weiterbringen würde. Ja, ich fände es super, wenn du noch ein paar Fragen beantworten könntest aus dem Publikum. Ich schaue gleich mal in den Discord. Ich würde kurz vorbrechen, sozusagen auch mal eine etwas andere Frage zu stellen. Gibt es Anime, die du schaust? Nein. Also auch gar keine Filme aus dem Anime-Segment? Nein, ich kenne Ghibli-Filme und jetzt kommt da gleich wieder die Frage, wann dann mal die Filmanalyse dazu kommt. Ja, ja, das wird schon noch kommen, aber sonst bin ich da wirklich, also das eine oder andere habe ich mal wahrgenommen, weil es dann gut besprochen wurde und habe ich das im Kino gesehen und ich kann das auch wertschätzen. Aber für mich ist Kino tatsächlich Menschen zu sehen auf der großen Leinwand. Deswegen sind es schon Animationsfilme für mich, naja, also die geben sehr viel her ideologisch, aber ich sehe eigentlich, ich gehe ins Kino, um Menschen auf der großen Leinwand zu sehen. Ich finde das gerade, dass natürlich Anime immer noch hauptsächlich aus Japan kommen, sehr, sehr spannend, da die japanische Gesellschaft nie den Faschismus ganz verarbeitet hat, dass man viele Züge davon immer noch in Japan sieht, und im Anime und dass Japan auch immer noch auch ein wenig zensiert, wenn es um Anime geht, beziehungsweise dort auch ihre Filtersysteme haben, große Konzerne, die hauptsächlich die Anime-Branche dominieren und da ist es dann gerade spannend, natürlich zu sehen, wenn ein Anime erfolgreich wird, der nicht ja, eigentlich konservative Muster bedient, beziehungsweise autoritäre, ja eigentlich man vermuten könnte, okay, da steckt dir wieder eine autoritäre Denkweise dahinter und beispielsweise Prinzessin Mononoke vom Studio Ghibli, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, weil dort natürlich auch viel sehr Traditionelles kommuniziert wird, aber beispielsweise die Frauenbilder sehr progressiv sind und ja, vielleicht befasst du dich nochmal in Zukunft mehr damit, auch im Chat wird erwähnt, die Serie Attack on Titan, meiner Meinung nach die beste Serie, die jemals irgendwo produziert wurde, besser als Game of Thrones und so weiter, weil sie halt auch dort eine Gesellschaft zum Beispiel beschrieben wird, die auf der Ideologie von Carl Schmidt, dem Chefideologen der NSDAP beruht und dort aber Widerstand mit der Zeit geleistet wird, beziehungsweise die Gesellschaft sich verändert, dadurch, dass sich die Gegebenheiten verändern und die Bedingungen, die Carl Schmidt für eine nationalsozialistische Gesellschaft genannt hat, ein äußerer Feind Ungleichheit und eine Elite und diverse Dinge wie diese, dass diese Faktoren sich verändern und dann plötzlich auch die Gesellschaft anfängt, anders zu werden. Ja, kann ich dir nur nahelegen. Sonst würde ich schnell mal in den Discord schauen. Einmal hat mich mein guter Freund Morph beauftragt, dich zu fragen, warum du nicht den Film The Square magst. Was ist das nochmal? Ich weiß es leider gerade selber nicht, er hat es mich gefragt, ich bin davon ausgegangen, dass der dir vielleicht bekannt ist. Ja, vielleicht kenne ich nur den deutschen Titel, das ist das Es soll wohl eine Gorilla Szene da geben, in einer Abendgala Veranstaltung. Ja gut, da müssen wir das wohl da müssen wir das wohl verschieben, sonst Ah ja, ja, ich erinnere mich Ah ja, okay, also ja gut, wenn du dich erinnerst und noch was dazu sagen möchtest, sonst Ja, ich kann da jetzt gar nicht so viel zu sagen, also ich glaube, ich habe mich ja damals geäußert, also ich finde, dass der Film eine eine Weise, also er versucht, es ist ein Diskursfilm, der aber doch selbst mehr so eine Ansammlung von Wüsten, von Wüsten Geräuschen, wie Habermas das glaube ich nennen würde, uns präsentiert, aber dass er doch eigentlich nicht so intellektuell damit umgeht, wie man das dann erwarten könnte, also ich finde, dass der Film so ein bisschen alles anreißt und ich habe glaube ich eine gewisse Verärgerung verspürt, damals, weil er mit der Grundlage, die er legt, eigentlich nicht klug genug umgeht. Ja, ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil mir meine Moderatorin gesagt haben, dass ich hier eine ganze Reihe Fragen bekommen habe im Discord, sonst sagen wir meine Moderatorin mal ganz schnell, wo ich die Fragen sonst finde, sonst stellt einfach gerne jetzt einfach eine ganz schnelle Frage in den Chat und dann Das heißt, die Leute sind sowohl im Chat als auch bei Discord. Ja, dort können mich meine Moderatorinnen ganz schnell anschreiben, aber natürlich die meisten sind jetzt hier im Chat und ja, von Tarjan kommt eine Meinung zum Tatort. Wie findest du den Tatort? Schaust du den gerne? Nein, ich gucke mir keinen Tatort an. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Tatorte gesehen, mal einen von Dominik Graf, der war gut, aber sonst sehe ich mir das nicht an. So depressiv bin ich nicht, dass ich mir sonntags einen Tatort angucken muss. Also ich kann, das ist für mich auch ein großes Rätsel, die Tatortliebe der Deutschen. Ich kann es nicht verstehen. Also es ist, es ist so eine eine allsonntagliche Trübsinnigkeit, die ich nicht nachvollziehen kann. Also ich kann jeden verstehen, der das Traumschiff guckt, das mache ich manchmal auch, aber ich kann nicht begreifen, was mit einem los sein muss, dass man sich diesen Trübsinn jeden Sonntag antut und dann ja auch noch montags wahrscheinlich arbeiten muss. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich bin ja dann doch am Ende für Spaß im Leben und den kann der Tatort mir nicht geben. Ich glaube, die einzige Tatortfolge, die ich jemals geschaut habe, war tatsächlich damals in der Oberstufe, was jetzt auch schon eine Ewigkeit her ist. Ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium, ich hatte dort Fächer wie BWL und VWL und Wirtschaftsrecht und so Geschichten. Damals gab es dann auch noch die große Finanzkrise 2007, 2008, als ich dort auf dem Gymnasium war und damals haben dann schon unsere Lehrkräfte gesagt, okay, eigentlich könnt ihr sämtliche Markttheorien, die euch hier versucht haben beizubringen, eigentlich über Bord schmeißen, das geht jetzt alles nicht mehr und damals begann das auch bei mir so, okay, anscheinend ist da was im Argen. Vorher wollte ich auch einfach Manager werden und BWL studieren und damals haben wir in Ethik tatsächlich einen Tatort geschaut, wo der in einem, ja oder ich sag mal um eine Supermarktfiliale, ja die angelehnt war auch an Schlecker oder an andere Super, das ist natürlich eine Drogeriekette, aber auch eben an Supermärkte und eben dann sehr viel Einblick gebracht hat in die Praktiken, die Marketingstrategien, aber auch, ich weiß nicht, Angestellte sprechen zu viel miteinander, dann kommt der Chef vorbei und sagt so, hier geht mal wieder alle arbeiten, weil der Angst hat, dass sie sich da organisieren könnten oder so und solche Sachen erlebt man dann immer mal wieder anscheinend vielleicht im Tatort, ja aber würdest du sagen, okay die Öffentlich-Rechtlichen machen, produzieren am Ende vielleicht auch andere Filme oder andere Serien als als die Privaten oder als Hollywood? Ja, also man muss ja sehen, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch bei vielen Produktionen einfach mitproduzieren und das sind aber dann gar nicht die großen Events um 20.15 Uhr, sondern das ist eher das, was im Nachtprogramm versendet wird. Das ist eigentlich die Idiotie bei dem Ganzen, dass man ja für sehr wenig Geld gutes Programm zeigen könnte, dass man zum Teil mitproduziert hat, das verschiebt man aber auf die Nacht, um dann jeden Abend die Leute mit diesen Talkshows zu verblöden. Also ich würde einfach sagen, es werden jetzt drei Jahre keine Polit-Talkshows mehr gezeigt und nur noch die Spielfilme, die man produziert hat von öffentlich-rechtlicher Hand und dann würden wir mal sehen, dass sich die Gesellschaft vermutlich in einem klügeren Maße politisieren würde, als das durch diese unsinnigen Shows stattfindet. Und das ist für mich das eigentlich Ärgerliche, denn tatsächlich sind die Produktionen, nicht alle, aber doch die meisten, auf einem höheren Niveau, als das beispielsweise eine Sat.1-Produktion ist. Ich hätte ja dann die Befürchtung, dass dann die Privaten diesen Platz stärker einnehmen würden, weil ich denke, dass... Ja, das tun sie ja auch schon. Aber das ist ja... Da habe ich ja auch gemerkt, es ist eigentlich auch egal. Also die Ansprache ist dann so ein bisschen jünger und man hat irgendwelche Moderatoren, die noch so ein bisschen hippelig sind. Wahrscheinlich sind sie es auch eigentlich gar nicht. Also ich meine, das müssen ja auch Profis sein. Die können nicht hippelig sein, wenn da eine Kanzlerkandidatin oder so sitzt. Aber vielleicht gehört das dazu, um die Hippeligkeit dem Publikum vorzuspielen, weil das Publikum wäre, wenn sie auf die Kanzlerkandidatin treffen würden oder so. Ich kann mir das nicht so genau erschließen, was das da eigentlich soll. Aber ja, dann lass sie das mal machen mit der Politik. Also das... Da kommt aber auch nichts bei rum. Also ich sehe da keine vernünftigen Sachen. Also es gab die Trielle, ja auch im Privatfernsehen. Da war es dann so, dass danach die Trielle auch noch dann verhandelt wurden von irgendwelchen komischen Medienleuten. Ich weiß nicht, wer da... Wer war denn da? Ich muss mal gerade überlegen. Waren da nicht so Leute wie Micky Beisenherz, Aurel Merz und Lou Dellert? So Leute? Also ich meine, was soll das bringen? Dann würde ich sagen, dann zeigt lieber auch da noch das Traumschiff. Ich glaube, der Wert liegt schon darin, dass überhaupt politische Diskussionen über eine Stunde oder länger gezeigt werden. Denn ich beschäftige mich auch sehr viel mit der US-Politik und da gibt es dann nur CNN und MSNBC und Fox News natürlich. Und da bestehen politische Diskussionen aus fünf Minuten, zwei Personen, ein Moderator in der Mitte und dann dürfen die einen FDP-Standpunkt gegen einen AfD-Standpunkt austauschen. Aber das macht Maischberger doch auch so. Ja, aber... Also Maischberger hat ja auch nur zehn Minuten da Leute sitzen und die sind dann so konträr, dass man sagen muss, ja gut, was soll das jetzt auch nutzen? Also die könnten ja nicht mal ein Lied zusammen mehr singen. Das geht halt nicht. Und also wie gesagt, ich gucke das alles nicht. Ich nehme das wahr durch Stefan Schulz, der diese Fernsehmomente macht. Das gucke ich dann einmal die Woche, damit ich up to date bin, was wo vorgelegt. Aber sonst ist das für mich einfach nicht existent. Ich habe auch kein Triell oder so geguckt. Und würde das auch... Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben, glaube ich, ein Kanzlerduell geguckt. Und das war damals Gerhard Schröder gegen Stoiber, weil das das erste war. Aber sonst habe ich das nie mehr geguckt und kann auch nur jedem davon abraten, weil es überhaupt nichts bringt. Also das... Ich würde es nur im Modus des, wer trägt welchen Anzug und wer hat es wieder nicht geschafft, die Krawatte ordentlich zu binden gucken. Es ist tatsächlich... Eines der größten Probleme in der bundesdeutschen Politik richtige Krawattenknoten. Ist mir aufgefallen. Alles klar. Ja, einfach mal um die Fragen weiterzumachen. Ja, sonst kam die Frage, welchen Transformer-Film magst du am liebsten? Und ja, wie findest du die Reihe? Alle sind schlimm. Alle sind schlimm? Ja. Gibt es da nicht trotzdem irgendwas Positives, was man da rausziehen kann? Beispielsweise... Nee, gar nicht? Nein. Nein. Also in irgendeiner Form, ey, eigentlich sehr offensichtlich, wie hier Propaganda gemacht wird fürs Militär oder so. Das sollte man alles einstampfen. Ja. Fantastisch. Ersatz losstreichen. Okay, dann habe ich die Frage nie gestellt. Ich gucke nochmal hier direkt in den Chat. Frage an Wolfgang, falls er es kennt, was hält er von Schillers Aufsatz, die Schaubühne als moralische Anstalt betrachtet? Ja, ist ein interessanter und wichtiger Aufsatz. Und man hat immer wieder genau ja die Sehnsucht danach, dass das Theater das ist oder dass das Kino das heute ist oder wegen mir auch der Streamingdienst so etwas bieten kann. Worum es ja Schiller durchaus geht, ist, dass wir, bevor wir auch zu einer politischen Bewegung kommen, bevor wir vielleicht sogar die Revolution machen, müssen wir eine ästhetische Bildung erfahren. Also nicht nur in dem Sinne, dass wir so uns Bildung drauf schaffen, welche Stilmittel gibt es oder so, sondern auch wirklich, dass wir uns als Menschen ästhetisch bilden und dass das über die Bühne stattfinden kann, das glaube ich in gewisser Maße immer mal wieder und ja, sonst würde ich das ja auch nicht tun und doch glaube ich nicht, dass das eine unbedingt aus dem anderen resultieren muss. Das heißt, die Kausalität geht viel ins Theater, ist ein guter Mensch, die ist ja einfach nicht gegeben, da wir entsprechende Beispiele aus zum Beispiel der deutschen Vergangenheit kennen, von auch Leuten, die ganz hervorragend im Streichquartett Poobert spielen konnten und zugleich sehr effektive KZ-Aufseher waren. Würde ich dich mal zwischendrin noch mal fragen, wie fandst du den Film Don't Look Up? Ich habe da eine längere Analyse zugemacht und würde jetzt noch etwas hinzufügen, was ich da noch nicht gesagt habe. Das macht es vielleicht interessanter. Ich glaube, ja, weil ich sonst mich einfach nur wiederhole, aber ich glaube, dass es doch ein bisschen so ist, dass wir bei dem, was wir da sehen von Ariana Grande, wenn sie dann singt, Listen to the Science und so weiter, in gewisser Weise führt der Film da auch die linksliberale Haltung mit Blick auf den Klimawandel vor, denn die ändern ja auch gar nichts. Also die sagen Listen to the Science und Look Up und so weiter, aber das ist doch eigentlich auch das typische Event am Brandenburger Tor und alle fühlen sich irgendwie ein bisschen gut dabei zu sein und auf der richtigen Seite zu stehen, aber der Komet kommt ja doch und vielleicht hätte man das in diesem Film viel stärker herausarbeiten sollen und sich gar nicht so sehr damit beschäftigen, dass es da so Fox News ähnliche Moderatoren gibt und dass Meryl Streep mal Donald Trump spielen darf, sondern das war für mich eigentlich das viel Interessantere und vielleicht hat der Film da doch eine Kritik geübt, die aber glaube ich bei denen, bei denen sie ankommen müsste, nicht so angekommen ist. Ich hätte mir auch eigentlich irgendwo gewünscht, dass es sehr witzig gewesen wäre, um das Ende zu spoilern, sehr witzig, die ganzen Reichen und Privilegierten landen auf einem neuen Planeten und zu dem sie geflohen sind, wenn anstatt, dass dort die lustige Szene kommt mit dem außerirdischen Wesen, auf das sie treffen, dass die sich als erstes alle an die Gurgel gehen, weil sämtliche Menschen dort wahrscheinlich eher eine Weltsicht haben, ich gegen alle und ziemliche Soziopathen wahrscheinlich sogar sind, so wie das halt auch die Präsidentin ist beziehungsweise der CEO, der Tesla, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates Verschnitt, den sie alle in so ein Konglomerat gepackt haben. Ja, und dann erst mal anfangen müssen, okay, wer regiert jetzt eigentlich von uns und sich dann alle halt die Köpfe einschlagen müssen, weil es halt eben keine, weil die Strukturen neu gebildet werden müssen. Und, ja, aber sonst hatte ich das Gefühl, okay, dieser Film will uns Hoffnungslosigkeit irgendwie auch wieder eher präsentieren, anstatt hier ist die Lösung, weil die Menschen sind halt am Ende glücklich, während halt die Welt untergeht. Ja, ja. Und das ist das Traurige daran, obwohl man erst mal sich denken könnte, genauso ähnlich auch bei zum Beispiel Squid Game, falls du die Serie geschaut hast. Ja. Eigentlich ist es schön, dass es, ja, oder dass es so eine Kritik sozusagen am System gibt. Ja, da passt aber auch die Frage von Unbreakable Alex. Ja, findet nicht bei dir langsam so eine Übersättigung statt, dass du dir denkst, boah, langsam reicht es aber auch mal mit den Filmen, kann ich nicht mehr sehen? Nein. Also, wieso? Das wäre für mich, wie reicht es jetzt nicht mal langsam mit dem Sauerstoff? Kann man nicht mal aufhören zu atmen? Oder jeden Tag wird was gegessen, wie kann das sein? Nein, für mich gehört das absolut zu meinem Leben dazu. Ich freue mich mehr, wenn ich gute Filme sehe, als über schlechte Filme. Und manchmal gibt es so Durststrecken, dass man fünfmal im Kino nach Gang ist und jedes Mal einen schlechten Film sieht, dann denkt man, du lieber Gott. aber irgendwann kommt ja dann auch wieder was Gutes oder man kann ja was Altes gucken, was schon als gut sich erwiesen hat. Da gibt es ja alle Möglichkeiten und mich langweilt das tatsächlich überhaupt nicht. Nie. Das ist schön. Gibt es irgendeine Serie, die du immer wieder schaust? Ja, Quiroial und Monaco Franze. Das sind zwei großartige deutsche Serien und das ist auch literarisch so brillant, das ist so geistreich und mitunter ein bisschen böse, aber auch immer sehr charmant, dass ich diese beiden Serien uneingeschränkt empfehlen kann und ich auch, wenn ich mal Fernseh gucke, mich immer dabei ertappe, dass ich da hängen bleibe, wenn es gerade läuft. Schaust du, abgesehen von Hollywood, noch viel internationale Sachen? Momentan schaue ich sehr viel Hollywood, weil ich ja an einem Buch am Arbeiten bin, das von Hollywood handeln wird. Aber ja, ich versuche schon, den europäischen Film wahrzunehmen und habe mir auch geschworen, ein bisschen mehr das koreanische Kino zu betrachten. Versuche auch immer mal wieder chinesische Blockbuster mir anzusehen, weil mich einfach interessiert, was diese chinesische Gesellschaft gerade so denkt und das kann man im Kino natürlich sehr gut erfahren. Das ist etwas, was für mich wichtig ist, aber für mich ist schon ganz klar die Ausrichtung eine Hollywood-zentrische und eurozentrische, weil das tatsächlich die Filme sind, die mich am meisten interessieren und von denen ich ja auch noch lange nicht alle gesehen habe. Also für mich glaube ich, also zu sagen, man will alles in den Blick nehmen, glaube ich, funktioniert nicht. Man kann natürlich generalistisch unterwegs sein, aber für mich ist das schon einfach sehr viel, was ich da sehen muss, wenn ich Hollywood verfolgen will und wenn ich den europäischen Film verfolgen will und vor allem auch die Filmgeschichte aufarbeiten will. und ich schäme mich nicht zu sagen, dass das die Filme sind, die zu mir am allerstärksten sprechen. Gibt es da ein Land oder eine Region oder ein Konzern von mir aus, bei dem du sagst, da erhalte ich eher gute Filme, da weiß ich, wenn ich da nachschaue, egal was es jetzt ist, egal wo es jetzt ist, da kriege ich, da erhalte ich dann auch eher vielleicht sogar kritische Filme oder einfach, was auch immer du dann für dich als gute, unterhaltsame Filme siehst. Das kann ich so nicht sagen, nee. Also es gibt da kein präferiertes Land. Ich kann nicht sagen, Filme aus Frankreich sind generell gut, weil die auch viele so Seniorenkomödien drehen, die ich nicht ausstehen kann. Aber generell ist Frankreich schon ein ganz gutes Filmland. Ich habe da aber nicht diese Art der Präferenzen. Ich gehe ja auch in fast alles erstmal rein. Also was so im Kino an Blockbustern oder so kommt, das sehe ich mir ja sowieso alles an. Und von daher gibt es da nicht, nee, das gibt es eigentlich nicht. Mich ziehen mitunter auch Schauspieler ins Kino, dass ich mir einfach grundsätzlich Filme von gewissen Schauspielern ansehe. Dann hat man einige Lieblingsregisseure, von denen man sich auch grundsätzlich alles ansieht. Ob es gut oder schlecht ist, wird sich ja dann zeigen. Aber es gibt nicht irgendwelche Präferenzen. Das kann man auch in dem Sinne gar nicht sagen, weil das so fluide geworden ist. Es ist ja nicht mehr so, dass ein Regisseur da für ein Studio zehn Jahre arbeitet oder so unter einem Exklusivvertrag ist, sondern er macht heute Kino und macht morgen Netflix und macht dann irgendwas bei Amazon Prime und ist dann wieder zurück im Kino oder sonst wo gelandet. Ja, sonst würde ich es, glaube ich, damit schließen. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Es war mir ein Vergnügen. Das freut mich. Und ich hoffe, du hattest hier eine, sonst auch eine angenehme Zeit. Der Chat fand dich auf jeden Fall super. Und ja, sonst vielleicht spricht man noch mal in Zukunft. Wer weiß. Sehr gern. Sonst melde ich mich irgendwann noch mal und bettel dich an. Sonst freut mich auch schon. Vielleicht schicke ich dann Ole vorbei. Genau, sonst mit Ole habe ich ja schon Kontakt. Mit ihm werde ich über Wirtschaft sprechen. Ja, freut mich, dass du da gewesen bist. Ich hoffe, du hast noch einen wunderbaren Abend. Ich werde den Ausschnitt auf YouTube hochladen. Und ja, sonst. Ja, vielen Dank, denn ich sehe mir jetzt einen Film an. Viel Spaß dabei. Dankeschön. Schönen Abend allen. Tschüss. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020